Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Plugin-Review Tutorial. Und zwar diesmal geht es um das Plugin Ultimate Player Toggle. Was bringt dieses Plugin? Ultimate Player Toggle ermöglicht es die Sichtbarkeit anderer Spieler zu verwalten. Das ist sehr praktisch zum Beispiel für Hub-Server und Lobby-Server. Wo man dann einfach Rechtsklick auf das Item macht und dann verschwinden alle Spieler. Und das besondere an diesem Plugin ist, dass wirklich alles, wenn ich alles sage, ist auch alles ein Stabber. So, dann kommen wir zu den Commands. Die Commands gibt es nur drei Stück. P-Toggle ermöglicht es auch nochmal, halt ohne das Item die Spiele sichtbar und unsichtbar zu machen. Dann P-G-Y, darauf gehe ich nachher nochmal ein. Und dann noch P-Reload. Zwei Permission, player-toggle.use, those-to-use-to-play-toggle und player-toggle.reload. Und das für das Redo-Commando. Oder man ist okay, eins von beiden. So, die Features. Haben wir. Ein Einstellbar-Prefix, ein Message-ID-Hable, Anti-Item-Move und Anti-Item-Drop. Ein Einstellbar-Cooldown. Dann den, dass wenn man stirbt, dass man das Item 4 bekommt. Äh, ja, alles extra und ein Custom-Slot. Okay, hier ist die Action-IP. Hier sehen wir schon mal zwei Bilder. Wie das aussieht, haben wir deshalb das Item. So, dann geht ihr einfach hier auf Download Now. Das Plugin ist mit allen Versionen kompatibel. Bis zur, ja, also auch mit der aktuellsten. So, wenn ihr es runtergeladen habt, dann zieht ihr das auf euren Desktop. Ich habe das jetzt hier auch schon gemacht. Das ist ja aktuell die Version 2.7. Und unser Test-Server. Ich habe aktuell den Test-Server einmal hier auf die Spygold 1.8.6 geupdatet. Es gibt auch schon die 1.8.7, aber die nutze ich hierfür nicht. So, dann ziehen wir die Player-Toggle-Datei da rein. Das ist hier drin. Ich halte hier sonst auch nichts aus dem Matrix-Ordner, aber das ist recht egal. Und starte den Server. Ja. So, jetzt sehen wir schon. Und das ist aktiviert. Dann können wir hier noch 3-4 stoppen. So. Dann gehen wir in den Plugins-Ordner und hier sehen wir schon Player-Toggle. So, in die Config. Und, ja. Kann man das dann alles verteilen. So. Die Player-Toggle. Hier haben wir den Custom-Prefix. Da können wir irgendwas reinschreiben. Ich weiß jetzt nicht was. Player... Visibility... Spiele-Sichtbarkeit. So. Dann haben wir eine Nachricht, wenn wir keine Vermischen haben. Ähm. So. Dann gibt es hier den Inventory-Mode. Das ist jetzt ein bisschen interessanter. Und zwar. Wenn man, ähm, starten wir sie auf Server vor. Das heißt, man kriegt, wenn man Joint-Item. Hier der Toggle 1. Hier sehen wir auch schon. Ihr könnt die ID ändern. Data-Value. So im Notfall machen. Das ist jetzt, ähm, farbiger Stoff. Ähm. Also die. Und dann mit verschiedenen Farben. Und wenn wir jetzt zum Beispiel einen ohne Data-Value haben. Dann geben wir einfach nur einen Slot, wo es, ähm, platziert wird. Der Name, den Lore und den Effekt. Da gibt es zwei Effekte. Das sieht man auch hier einmal so eine Flamme und einmal den Ende-Effekt. Dann Item-On-Join. Ob wir überhaupt ein Item haben wollen. Ob wir auch einen ausschalten. Und dann dasselbe Item-Move-On-Item-Drop. Kann man auch alles aktivieren. Dann haben wir hier den Cooldown. In Sekunden. Und hier gibt es auch, wenn die Cooldown-Nachricht. Gibt es, ähm, eine Variable. Hier, Klammer auf, Klammer zu. Also ein Klammer T. Und die zeigt sich dann, wie viele Rest-Sekunden wir noch haben. Dann haben wir noch zwei weitere Nachrichten. Die, ähm, wenn Spieler alle. Also die heißt, äh, ja. Wenn Spieler sichtbar sind, wenn sie versteckt sind. Okay, die beiden Nachrichten können Sie nicht interessieren. Das ist einfach nur, wenn, wenn sie schon versteckt sind. Wenn sie sichtbar sind. Und wir haben noch Welten, die wir einstellen können. Aktuell sind die drei Welten standardmäßig aktiviert. Wir können jetzt auch weiter rausnehmen. Wird für die Standard-Welt nicht mehr funktionieren. Das lasse ich jetzt aber. So. Dann speichern wir das. Nochmal zum Inventory-Mode. Wenn wir das jetzt auf True stellen. Dann kriegen wir, ähm, den ersten Toggle hier. Und dann öffnet sich, wenn wir rechts klicken, kriegen wir nicht den zweiten. Sondern es öffnet sich hier ein Inventar. Da sehen wir auch schon Inventory-Title. Können wir auch einstellen. Und da haben wir dann die drei Items. Das ist einmal, alle Spieler verstecken. Dann nur für Freunde. Das kommt aber später. Das funktioniert aktuell noch nicht. Weil das ein, äh, wahrscheinlich Zukunft-Feature ist. Und das dritte Item, ähm, alle Spieler anzeigen. Und dazwischen den Lückenfüller können wir auch noch einstellen. Und ja, ich werde das jetzt aber nicht machen. Sondern, ähm, starten wir wieder. So, er ist hochgefahren. Gehen in unser Minecraft. Join in den Local Host. Okay. Gut. Ja. Hieran hängen wir ja auch die Idee. Das ist jetzt so. Gut. Okay, falsche Port gehabt. Können wir auch mal passieren. So, jetzt sehen wir. Wir sind hier auf dem Server. Und haben ein Item bekommen. High-Player heißt das. Und ich kann auch schon versuchen wegzuschiften. Ich kann alles versuchen. Ich krieg's nicht weg. Ich kann's auch droppen wie so ein Dover. Das geht nicht. So. Jetzt sehen wir schon High-Players. Right-Click. Wenn ich das jetzt mache. Jetzt sehen wir auch schon Dinge gerne an Player-Visibility. Okay. Auch Players auch noch hinten. Jetzt haben wir einen gelben Dust. Also, wait. 3 Seconds. Wait. 1 Seconds. Und wir können's wieder machen. Jetzt müssen wir wieder cooldown abwarten. Und ja. Das funktioniert. Das war's eigentlich auch schon soweit. Ist halt recht praktisch. Da man wirklich alles einstellen kann. Jetzt haben wir auch gerade diese kleine Flammen gesehen. Ich muss mal gucken, ob ihr den Effekt auch gleich nochmal sieht. Ja. Da war er. Das ist er. Und ja. So. Dann stoppen wir den Server einmal. Okay. Wir sind ja schon dafür für die zu benutzen. Wir hoffen wir keine Commando. Äh. Keine Functions. Jetzt gehe ich noch einmal ran. Jetzt aktiviere ich noch einmal den Inventory Mode. Nur um das zu zeigen, dass auch alles wirklich funktioniert. Start mit dem Server. So. Und jetzt sehen wir. Hide all players. Haben wir jetzt hier. Die ersten. Haben wir jetzt rechts klicken. Visibility haben wir angestellt. Das sind die Lückenfülle. Jetzt habe ich jetzt steinmäßig schwarze Glasscheiben. Sehen wir hier. Hide all players. Then friends and team members on. Show all players up. All players are hidden. Jetzt sehen wir auch schon. The players are already hidden. Jetzt gibt's ja hier keinen cooldown. Aber. Ja. Sie sind ja schon versteckt. Also mehr gibt's ja nicht. Jetzt kann ich hier was zeigen. Dann kann ich sie hier verstecken. Zeigen. Verstecken. Zeigen. Und ja. Das funktioniert auch als 1a. Wir sehen auch schon das Item. Das ist eine Function at the moment. Und. Ja. Mehr gibt's auch dazu nicht zu zeigen. Ich hoffe es gefällt euch. Ich find's sehr praktisch das Plugin. Und. Ja. Wenn ihr irgendwelche Wünsche habt. Also. Schreibt sie mir doch in die Kommentare. Oder falls ihr Fragen habt. In die Kommentare. Oder. Erzählt mich hier auf Skype. Herbie Style. Und. Ja. Dann würde ich sagen. Sehen wir uns beim nächsten. Plugin Review Tutorial. Wie auch immer. Und würde ich sagen. Bis dahin. Tschüss.